. Superioser Eifton. Ich darf für den Jansker im Team der TV-HIP. Daniel Klick, Daniel Matthias Danse. Zweifacher deutscher Jbenmeister gewohnt ihn. Beides der Handmeister ebenso. Dann hat er ein bisschen die Konzentration auf die Schule und auf das Abitur gelegt. Jetzt ist er offensichtlich wieder voll fokussiert auf Business. Bin lieber nicht verwechselnd. Große Unglichkeit, die ist nicht zufällig zum amtierenden Europameister. Yang Zhu. Sein Bruder, zwei Jahre älter, Yang Zhu. Vor zehn Jahren habe ich den mal gefilmt, konnte er auf meinem Videokanal sehen, Deutsche Jugendmeisterschaftsdienst. Da sind sie Deutscher Jugendmeister im Doppel geworden. Dann hat sich Yang dafür entschieden, nur halbprofessionell weiterzumachen, als er mit nicht ganz den großen Trainingsprogramms, wie es sein Bruder seit langem macht. Und dadurch hat, obwohl Yang damals, als der Talentierbüder gehandelt wurde, dazu die große Karriere gemacht hat. Die Gruppe Nummer eins. Die Gruppe, das ist ein bisschen das Wort. Und die Scheiße geht, pass auf die 13-jährige Führung. Im ersten Satz durch die 29-jährige Städtischen Nationalstädter von Kera und Süderjährigen Anzeigen von Fisaro und Konvers. Und am nächsten Mal geht der erste Satz an uns ab und ab und ab und ab und ab und ab und ab. Erstmals ein Bild hier, also außer bei der Begrüßung. Schworn heißt er, glaube ich, mit Vornamen, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Perez, hochtalentierter, sehr junger, sehr ehrgeiziger. Spanier, der auch auf dem Bildtonieren schon von sich reden macht, von denen er zu viel verspricht. Und wenn diese Versprüchen eingelöst werden können, wenigstens anwährend, dann war das wieder mal hoffentlich und eventuell ein großer Glücksgriff für die Hilfburgsteiner. Und da freue ich mich natürlich schon auf eine Menge ganz großartiger Lieder. Jetzt aber erst mal Satz 2. Leiseheim, ja, nachdem da in der letzten Saison mitten drin, der schon so einen Rückspiel gemacht hat. Und man deswegen quasi teilweise mit Amateuren und Spielern aus niedrigsten Klassenantrieben musste, musste, was für ziemlich empförrungen sein wurde, beim deutschen Kinosport. Die Spiel jetzt abgespeckt. Mit einem Team, rein deutsche Spieler. Hier am Spiel ist sie in Deutschland geboren. Die Eltern, ehemalige chinesische Weltklasse-Spieler, der Vater ehemaliger Bundesliga-Spieler und Bundesliga-Trainer. Und der Bruder, wie gesagt, amtierende Europameister. Und der Seiten kann man sehen, eher an der Schlägehaltung. Klar. Und der hier zu sehen ist, ist der etwas größere. Er hat, wie man klar sehen kann, Schenkend. Ganz viel, das weiß man, der Spieler. Mit der Pen-Hol-Verhaltung und der unglaublichen Pen-Hol-Verität. Das ist die Behörde. Ja, danke für den ganzen selben Bereich. Den Granomen Whoa. Mit der Reihe показ gab es ja ohne? Mit der Reihe intentes. Kinder zu kosten, mit derglowing because loading nicht ung?! Felge rein siehst only! Körling! Nach dem Blitzstatt von Matthias Banzer kommt Jan Schuhe jetzt etwas besser ins Spiel. Das darf man auch erwarten. Jetzt spielen wir die Nummer 1. Frau Leiselheim und vielleicht sogar der Einzige, der in der 2. Bundesliga auch einigermaßen erfolgreich spielen kann. Das wird man sehen. Ganz stark der Adressiv der Rekam-Politiker. Mal sehen, welcher als Zeit jetzt kommt. Klein wenig kürzer, klein wenig weiter außen. Er kann nie ein Schuh den Beinen jetzt zurückheben. Rekam-Politiker. Applaus 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 Ausgaben! Vielen Dank. 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 Ich muss gleich um die Ohren fliegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh. Vielen Dank. Oh. 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 Vielen Dank. 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 Come on. ... 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 Vielen Dank.